hallo leute herzlich willkommen auch mal sagen ich bin ein bisschen krank also nicht wundern falls es immer noch laut wird das kommt daher dass ich dann musste in der letzten folge haben für den legalen ludon wir haben egal und und links hier freigeschaltet und vorab schon mal gesagt wenn nicht mehr lange und dann sind die videos auch endlich in 16 zu neun und nicht mehr in 4 3 den boden müssen doch nicht holen ich brauche 135.000 ich würde sagen dass wir wieder mal ein rennen machen kommt darauf an müssen wir erst mal lautstärke ein bisschen leiser machen wobei so man muss hier mal ein bisschen wieder lauter damit ist besser so also im moment ist doch keiner hier drin ist ein bisschen schade so was gibt was ist das eigentlich diesen zwei ist over oder die season 2 ist zu ende anscheinend das kann man sich mit wo box gruppe super sportwagen wenn super sportwagen ist aber es kostet dann alles wo aber alles was so grün markiert ist oder das hier blauen das blau 50 200 elektrische elektrische fahrzeuge und seit jahren ach so ja die kriegt dann alle durch die wendt hier diese ganze lange geht das eigentlich noch das eventiert das die ganze zeit noch oder ich frage mich wenn das mal wieder zu ende ist pro mile kriegst du 2k ja das ist bei jedem also jeder ist halt einfach gleich jeder hier hat dasselbe ist halt nur andere designs hier an den ich habe jetzt den wo sind der andere den hier den hier habe ich auch was ich auf jeden fall machen will ist einfach alles irgendwie durchzukaufen an Autos wäre eigentlich machbar hier naja und es geht um also ich musste sehen wie es machen für sich demnächst bekommen warum steht denn die 1 also als ob das funktioniert und ich sehe gerade die haben das hier ein bisschen überarbeitet mit den pfeilen in der letzten folge sagen die pfeile ja noch anders aus wenn ihr versteht was ich meine also da war das ja noch nicht so dunkel das jetzt dunkler gemacht ich hoffe dass ihr mich auch hören könnt ansonsten muss ich die lautstärke ein bisschen hochdrehen wenn ich das video schneit das ist nicht so cool einfach wieder neues bauen das finde ich cool dass man das sie trotzdem weitermachen kann was ich auf jeden fall gemacht hätte ist dass hier an der seite so alles weg gemacht außerhalb das war und was ich auch sagen will ist wenn ich dann meine monitor habe die 16 zu 9 können werde ich auch öfters live streamen unter anderem auch dann möchten sie hamburg spielen und sowas also der notruf hamburg spielen und auch dort eben diese xp fahren für lkw und sowas ja ich hasse das weber werde ich das dann auch aber da muss ich noch ein bisschen gucken wie ich das dann mache alles so beste runde 37 sekunden ins gesamte zeit zwei minuten 14 jetzt kann ich jetzt mal wieder zu mir fahren so so man so so okay dann kauf ich mal den boden würde ich sagen so wand 37 8 9 und jetzt habe ich kein geld mehr wir können ja mal nach anderen gucken so hier ich hier irgendwo rüber ich hier hier ich hier 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 mehr raus etwas was kann man denn hier machen der schaden findet zehn bauteile um die fabrik aufzubauen man soll zehn dinge Egal. Ich finde, ich finde, das ist schon nice, dass es hier halt auch sowas gibt. So, dann können wir jetzt mal wieder nach mir fahren. Nein, ich will da nicht mitmachen. So. Dann fahre ich mal rüber, würde ich sagen. Zu mir. So, so, so. Oh, wer hat den Baum da hingestellt? Er ist kein Baum, er ist ein Dings dabei. Egal, würde ich sagen. So. So. Also, kann ich das jetzt eigentlich hier reinfahren? Also, habe ich mir das schon gekauft? Weiß das Gott nicht. Oh ja, habe ich tatsächlich schon. Passt das überhaupt rein? Ja, passt. Wir können uns ja erstmal mein Haus angucken, würde ich sagen. Also, ich könnte hier natürlich auch... Könnte hier natürlich auch diesen anderem hin tun. Warte, ich packe mal. Äh. Warte, was geben die mir denn? Ich muss mal eins ändern. Nee, hier. So. Great. Okay, die sind alle viel zu teuer, den kann ich schon ab 5k, äh, okay. Also warte, wie viel verdiene ich jetzt mit dem Megalodon? Okay, sehe ich nicht, perfekt. Okay, dann tue ich aber nochmal, ähm, Dust Upgrade würde ich sagen, ne, 1, so. Okay, so, dann würde ich sagen, war es das mit dem Video, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, ein Abo holen, einen Kommentar, da, da, wir sehen uns im nächsten Video, haut rein Leute, euer Fan, ciao, ciao.